Nein! Servus Leute, Firebird wieder da und weiter geht's mit unserem Raid 2 Ender Dragon. Rede! Rede mit uns! Nein! Scheiße, wenn man einfach mal nichts sagt. Ich starte, dann kommt bei mir erst mal 10 Sekunden nichts und dann fängt er es an. Du bist so... Ich schneide den vorderen Teil weg. Nein, ungeschnitten. Ungeschnitten. Unbeschnitten. Unbeschnitten. Das hast du gesagt. Ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe. Nein, nein. Unbeschnitten. Das gehört sich richtig für eine Professionalität in einem Display schön ins Mikro schmiegen. Lass mal schön die Nase durchpusten. Wie du einfach schon zwei Tone hast und ich immer noch nicht ein. Ich glaube, das ändere ich jetzt gleich einfach mal. Was machst du dir? Und was soll dann passieren? Leise ich dir die Eier ab. Ich bin da viel besser equipped als du. Ich werde... Es wird ja wirklich Tag, wenn nur einer schläft. Ja, das ist voll geil. Ich dachte gerade, hä, wieso hast du den... Oh, das ist natürlich jetzt scheiße. Ich glaube, ich habe mich voll fett verlaufen. Ich werde nie wieder nach Hause. Das ist jetzt aber blöd. Die nächste Folge im Let's Play. Wo ist mein Zuhause? Ich erinnere mich nicht, dass ich hier langgekommen bin. Halt, ich muss das selbst mitnehmen. Fallschaden ist aus, ne? Ist Fallschaden aus? Hey, wieso ist Fallschaden aus? Weiß ich nicht. Also ich habe nichts eingestellt, dass Fallschaden aus ist. Das ist mir jetzt gerade erst aufgefallen. Ist Fallschaden aus? Ja. Hey, wieso ist Fallschaden aus? Weiß ich nicht. Jetzt stellst du dir doch eine Scheiße ein. Ich habe doch nichts eingestellt. Was willst du denn von mir? Das Fallschaden an ist. Jetzt habe ich aber die Zeit im Blick. Oh, er kann die Uhr lesen. Oh. Ich habe das Gefühl, ich bin in eine völlig falsche Richtung gebratzt. Na, super. Ich tue einfach die ersten drei Folgen. Die ersten Folgen tue ich einfach nur so richtig erotisch einfach nur in der Mine rumfarmen. Sehr schön. Ich tue einfach nur so einen Miengang in unserem Haus bauen. So. Machen wir das einfach anders. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Ich nehme jetzt dieses Haustier. Wo geht es denn nach Hause? Hier bin ich doch nie lang gekommen. Du kannst doch einfach sterben, dann kommst du auch noch in dein Bett raus. Ja, aber ich will mein Stuff bitte behalten. Achso. Ich muss mir jetzt gleich erstmal mit Hochprofessionalität erstmal ein Haus bauen. Du bist jetzt bei mir. Achso. Ja, das ist bloß auch rüber gehen. Achso. Nachher denken die Leute, dass wir... Achso. Ich brauche meinen Abstand. Niemand kann mir die fesseln. Hast du doch. Zwei Blöcke. Mir kann niemand die Fesseln anlegen. Fuck ey. Das gibt es ja nicht. Boah. Alter. Das ist überspektakulär. Das sieht so armsehlich aus. Was? Das musst du dir angucken. Ich bin... Ah. Einfach durch den Baum durch. Welcher Höhe ist Bedrock? Ich bin höher 18. Ab... Äh. Ab... In der Höhe 13 gibt es Diamanten. Ach. Ey. Das gibt es doch nicht. Wo bin ich denn hergekommen? Das ist doch... Wohl. Das kommt mir schon sehr bekannt vor. Glaub ich. Das sieht in meinem Kopf alles aber so gleich aus. Kannst du auf 13 und dann machen wir einfach die ganze Zeit Tunnelgänge. Ah. Irgendwie ist das wie ein Land schneller als in der Luft. Ja. Ich glaube ich bin gleich wieder zu Hause. Ja. Das sieht gut aus. Ich mach mich dann gleich schon mal ran in eine Mobmaschine zu bauen. Und bist du daheim? Hm. Fast. Ich bin... Ich bin... Aufm Weg. Wenn dieses Vieh nicht so arschlangsam wäre. Weiß mal. Was hast du jetzt eigentlich für ein Pad? Mein Fliege-Pad. Bad mean. Weil das... Da braucht man nicht dieses... Da hat man dieses normale Spielen und man kann fliegen. Deswegen war Hexet auch was besonderes. Da konntest du immer mit dem Electric Stuff fliegen. Das war das einzigste. Im Hexet hast du dich dumm und dämlich an XP verdient. Da hast du aber auch die XP gebraucht um deine ganze Rüstung zu entschauen. Ja, ja. Hexet ist eigentlich auch total geil, aber das haben so viele Leute schon so... Ja, das lohnt sich nicht. Ähm. Guck mich mal an. Warte. Oh, nein. Du hast dein Hütchen im Tuch. Der Scheiß Optifine Cape spackt ab. Oh, er hat ganze zwei Eisen in der Zeit geholt. Guck mal, wie tief ich schon bin. Ich hab 64er Steak Eisen. Äh. Woher? Ich mach Farmen! Ich mach ja eine Farming-Dingsbums für uns. Ja, du merkst ja, wie schnell... Jetzt hab ich die Scheiß Treppen weggedan. Ich hält. Warte, ich schmeiß sie dir runter. Wie weit geht das runter? Hui! Möchtest du... So einen Lastenaufzug machen. Äh, Lastenaufzug... Wie heißt das? Wo man hochfahren kann. Minecraft. Ja, genau. Das. Das. Genau das mein ich. Jetzt hab ich vergessen, was ich machen wollte. 12. Toll. Jetzt hab ich wegen dir wieder vergessen, was ich machen wollte. Ach, bin ich wieder schuld? Ja, weil du gesagt hast, ich hab die Trennung... Gut, das Projekt brech mal ab. Tschüss! Was? Das wir doch nicht über das Motiv schuldigen. So, damit endet das Projekt. So, macht's gut, wir trennen uns jetzt. Nie wieder irgendwas zusammen machen. Das war das letzte Mal. Ah, ich weiß, was ich machen wollte. Siehst du? Um eine hatte ich's vergessen. Alles deine Schuld. Was hast du vergessen? Um eine H hätte ich es vergessen. Alles deine... Was ich machen wollte. Was sollst du denn du machen? Ich wollte Melonen anpflanzen. Fang an zu ackern. So, zack. Mann, warum setze ich immer den scheiß Cobblestone, wenn ich eine scheiß blöde Treppe setze will? Das ist die Frage, wo kann man denn Melonen hier anbauen? Kann man ja Melonenkuchen machen. Ja, Samen hab ich... Was ist denn Melonsamen? Gefunden! Äh, Dingsbumse oder was? Alles auf meiner Erkundungstour. Das ist so krass. Wieso? Nur weil du die ganze Zeit die Hausfrauenarbeiten erledigst? Worauf ich keine Lust habe? Ja, am besten guckt ihr wirklich einfach nur die ganze Zeit bei Tobi, weil ich glaub da ist mehr Action abgegangen in der letzten Folge als bei mir. Ja, übertrieben viel Action. Hui! Hui! Da muss ich die Leute die ganze Zeit einfach nur anliegen, mich dumm und ewig fahren. Ey, 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 ich hab... Wir haben doch geheiratet und sind zusammen in eine Wohnung... Wir haben geheiratet und wir sind zusammen gezogen. Jetzt muss ich dir aber noch unser spezielles Geschenk überreichen. Ich sam' dich ein! Bleib stehen! Ich muss dich einsamen! Toll, jetzt hab' ich meine Samen auf der Treppe verloren. So... 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 Warum hast du schon wieder ne... Eier auf! Du musst... Du musst auch mal sterben, das gibt's doch nicht! Echt? Das gibt... Es... Nicht! Doch, bei Roller! Boah! Komm, mach... Mach noch mehr Fremdwärmung hier! Hättest du ja gleich nen Helm machen können. Warum hast du jetzt nen Helm gemacht? Was ist denn das? Körbisgern? Man kann keine Körbisse essen, du Herr Bauer! Ah ja, hier! Ich hab' dir extra Essen gekocht! Schön lecker Schnitzel! Lass' es dich schmecken! Die Emotionsvolle einfach rausgenommen! Schatz, ich geh' mich jetzt erst mal beschützen... Äh, dich erst mal beschützen! Ich geh' mich jetzt erst mal beschützen! Lass mich in Ruhe! Jum' ey, ich hab' ne Lederhose, ich bin ein Weirer! Warum hast du schon in der... äh... Volle Eisenrüstung? Und ich guck' hier grad auf der halben Lederrüstung rum! Weil ich der Boss bin! Wie gesagt! I don't check this! Jetzt wollte ich irgendwas machen, dann hab' ich schon wieder vergessen! Das merken! Er hat so viel Eisen schon wieder, dann ist es zum Heulen! Geh' weg! Ich brauch' noch ein Eisen! Er loot, wenn sie sich einfach raus, ey! Ja, bisschen Eisen hab' ich auch gefarmt, neun hatte ich auch selber gefarmt! Ohahaha, ganze neu! Ich brauch' die Stühle, eh grad' erstmal ne Eisenspezial gemacht! So! Hau doch mal ab jetzt! Ich komm schon mal zum Gesicht! Hier, bleib mal stehen! Bleib' hier stehen! Bleib' hier stehen! Jetzt geh'r freck, ich bin keine Almosen! Warum liegt mir überall Samen auf der Treppe! Ey, bleib jetzt stehen Hier Da Ich hab dir extra einen Schutz besorgt Damit du dir der Tiefe hier nicht weh tust Dann zieh ihn aber auch an Hab ich doch Damit die Leute sehen, dass wir zusammen gehören Hab ich extra eine Farbe genommen Das ist so Meine Wechsel, meine Zehn, Beugen beim Enderman Ach, Enderman beim Enderdragon, wenn das so weitergeht Oh, creepy Das sah ja mal überhaupt nicht creepy aus Oui Jetzt wollte ich irgendwas machen, jetzt hab ich schon wieder alles vergessen Boah, hab ich ein Pappenheimer-Gedächtnis, ey Schlimm So Oh, es ist Nacht, ich leg mich mal Ach nee, warte mal, ich geh mal gleich ein paar Monate Das ist Nacht Was? Sehr spektakulär, wir gucken im Ofen beim Brutzeln zu Ich glaube, das Plugin ist drauf, dass man Das rechte Bett ist mir Das rechte Bett hab ich drinnen gelegen, du Lauch Ich drinnen gelegen, du Honk Nein, du hast im linken Bett gelegen Eigentlich hab ich im rechten gelegen Jetzt ist das meins Ich kote da gleich noch rein, dann weißt du, dass es meins ist Dann leg ich mich trotzdem rein Oh, was? Ich geh doch mal Ich schalte rüber Ich komm da gleich runter Machst du Probleme? Dam, 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 dam Das sieht überhaupt nicht creepy aus hier Erstmal ein bisschen ausleuchten Schatz, du sollst doch nicht im Dunkeln arbeiten Hier, nimm dein Hier, nimm dein Bauhelm Deine Stahlhose Und das Ach, das gebrauchte Eisenschwert geht immer wieder So ein Penner Ich hab's ja auch schließlich gefarmt Von dir, weil die kann man ja nichts behaupten Du machst ja die ganze Zeit nichts Du pimmelst ja hier nur rum Das sind Diamanten, ja Die musst du auf Ebene 13 suchen Bin ich auf Ebene 13? Ja, ich bin auf Ebene 13 Jetzt stoßen wir gleich zufällig aufs Ende Das wäre natürlich der totale Brutzler, ey Juhu, geschafft Brutzler von Wiesenhof Mann, ist das ne Wurst Alter, bring doch noch mehr Werbung ein Klicker geht nimmer Schlimm, schlimm, schlimm Das abonniert auch gleich Ungespielt Und alle anderen YouTuber, die es gibt Ich höre Lava Gleich siehst du Burn to death Lava Ah, ich kann ja sagen, wieso Weil hier ne Hülle ist Ey, wir sind in der Schlucht Hier ist ne Schlucht Äh, pass mal auf, dass du nicht weiter gehst Weil ich mach mal hier gerade die Lava Ist noch ein bisschen zu Boah, ich bin zu unfähig Oh, hier ist Obsidian Ja, da können wir uns gleich, äh Direkt in den Chart mit hin Gebrauchen Können wir uns, äh, Speed holen Wo bist Pfff Ender Games Rechtsklink drauf Wuhu Hier sind so viele Fledermäuse Das macht mir Angst Huch, da ist ein Creeper Oh, das Skelett sieht ein bisschen creepy aus Aber Wendtrain Hallo, der Skelett Ich frag mich gerade, wo du bist Du hast eben Lava Ich hab's gefunden, hi Hi Das geht Bärchen Er scheißt natürlich mit meiner Supertreppe Oh, bist du unfähig, ey Oh Mann Hat das Wasser aus Ja, ich dreh schon den Wasserhahn zu Ich hab's Nicht das Wasser komplett noch Du Idiot Da hinten ist noch genug Das Wasser nicht komplett aus Da hinten ist noch genug Wo ist mein Boah, wir haben Gold gefunden Das ist richtig sehr ernst Überhaupt, echt Können wir uns ne Uhr bauen Oder ein Lopé-Goldapfel Geht das? Hm? Ja Oh 72 Gold Wir müssen nämlich 8 Goldblöcke bauen da draus Ach ja, das ist ja kein Hexet Ich hab mich gerade gefragt, warum hier keine Diamanten sind Ich bin gerade hochkonzentriert Ja, die Schlucht bietet nicht wirklich viel Spektakuläres Guck mich an Guck mich an Au Beef Da hinten ist nichts Ich farm einfach mal weiter Ich weiß auch nicht, wo ich rausgekommen bin Das ist jetzt mein Problem Ach hier Äh, warte mal, dann müsste ich jetzt Na Steig doch ab Das gibt's ja wohl nicht Doch, bei Roller Alter, jetzt reicht's doch mal Das ist immer so still Schleichwerber Oh fuck, wir sollen die Folge beenden Macht's gut, bis zum nächsten Mal Und ciao Bleibt cremig Tschö mit Ö Und bis zum nächsten Mal